Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Diesmal hat es mich in Saarland verschlagen, in das Stadion eines ehemaligen Bundesliges. Wie es mir dort gefallen hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Das Ludwigsparkstadion ist ein Fußballstadion im Stadtteil Malstadt der saarländischen Landeshauptstadt Saarbritten. Das Stadion wurde von 2015 bis 2021 innerhalb des Areals des alten Ludwigsparks für 46,5 Millionen Euro in ein reines Fußballstadion mit dicht am Spielfeldrand liegenden Tribünen umgebaut. Ursprünglich sollte der Neubau bzw. Umbau 16 Millionen Euro kosten. Der für das Stadion namensgebende Ludwigspark ist ein ehemaliger Schlosspark, der unter Fürst Ludwig von Nassau Saarbrücken im 18. Jahrhundert angelegt und 1793 von den französischen Revolutionstruppen größtenteils zerstört wurde. Einige Überreste des Parks sind noch erhalten geblieben und innerhalb eines Wanderweges durch den Ludwigspark noch sichtbar. Auf einen Teil dieses Parks wurde das Stadion errichtet. Das Stadion wurde am 2. August 1953 eröffnet und war mit einem Fassungsvermögen von 35.303 Zuschauern das größte Fußballstadion des Saarlandes. Am 28. März 1954 war das Ludwigsparkstadion vor der Rekordkulisse von 53.000 Zuschauern Austragungsort des WM-Qualifikationsspiels des damals noch selbstständigen Saarlandes gegen Deutschland. Am 5. Juni 1954 gastierte die Uruguayische Nationalmannschaft und brachte der Fußballnationalmannschaft Saarlandes die höchste Länderspielniederlage mit 1 zu 7 bei. Der jetzt errichtete Neubau bietet Platz für 16.003 Zuschauer. Diese sind aufgeteilt in 9.927 Sitz und 6.076 Stehplätze. Die Eintrittspreise betragen aktuell zwischen 6 und 33 Euro. Ein späterer Ausbau des Stadions auf 18.017 Plätze ist möglich. Und wie immer meine Tipps zur Anreise. Ihr erreicht das Stadion aus nördlicher Richtung über die Autobahn 623 aus Fahrt Metz-Saarbrücken. Danach nimmt bitte die Kamphauser Straße. Von der A1 gelangt ihr über die Lebacher Landstraße B268 zum Stadion. Aus südlicher Richtung kommt, nimmt bitte die Autobahn 620 bis zur Westspange. Es wird darum gebeten, bei der Anreise mit dem Pkw die Parkplätze in der Innenstadt zu nehmen. Gemäß Anmeldung werden Rollstuhlfahrern begrenzte Parkmöglichkeiten vorbehalten. Über den Saarbrücker Hauptbahnhof gelangt ihr bequem über Regional- und Fernzüge in die saarländische Landeshauptstadt. Von dort aus werden bei Bedarf Shuttlebusse angeboten. Vom Saarbrücker Hauptbahnhof aus, beziehungsweise von der Haltestelle Trierer Straße, ist das Stadion zu Fuß bequem in 15 Minuten zu erreichen. In der Trierer Straße halten die Saarbahn sowie die Buslinien 102, 105, 108, 122, 125 und 128. Richtung Stadion verkehren die Linien 105 und 125 sowie die Linie 128, Haltestelle Ludwigsberg. Wie so oft, könnt ihr die Eintrittskarte auch als Kombiticket für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Am Tag der Veranstaltung, 4 Stunden vor Beginn des Spiels bis 4 Stunden nach Beendigung des Spiels, ist das Ticket gültig. Mit der Eintrittskarte könnt ihr damit alle Linien und Linienabschnitte des Verkehrsunternehmens innerhalb des saarländischen Verkehrsverbundes nutzen. Solltet ihr mit dem Fahrrad kommen wollen, gibt es im Stadionumfeld 600 Abstellmöglichkeiten. Falls ihr das alles noch einmal lesen wollt, packe ich euch den Link unten in die Beschreibung hinein. Ich bin dieses Mal wieder mit der Bahn angereist. Das kann ich nur jedem empfehlen, denn direkt am Stadion sind kaum Parkplätze vorhanden und vom Hauptbahnhof aus kommt man nach einem kurzen Fußmarsch bequem zum Stadion. Ich bin dieses Mal wieder mit der Bahn angereist. Und hier wieder das Bild vom Stadionmenü. Zum Schluss die Bewertung meines Besuchs. Die Bewertung spiegelt nur meinen Eindruck wider. Andere können und dürfen zu einem anderen Ergebnis kommen. Los geht's. Verkehrsanbindung Vom Hauptbahnhof aus ist das Stadion bequem zu Fuß zu erreichen. Weiterhin verkehren vom Hauptbahnhof aus verschiedene Buslinien und bei Bedarf gibt es einen Bus-Shuttle. Außerdem sind auch Fahrradparkplätze vorhanden. Leider ist die Parkplatzsituation nicht so gut. 7 von 10 Punkten Stimmung An der Stimmung gibt es absolut nichts auszusetzen. Die war echt super. Daher volle Punktzahl. 10 von 10 Punkten Stadionmenü Die Bratwurst hat wirklich gut geschmeckt. Das Bier auch. Und das Brötchen war auch nicht so weich wie in anderen Stadien. Da können sich manche wirklich ein Beispiel nehmen. Ach ja, der Preis betrug 7,15 Euro. 8 von 10 Punkten Sicht Es gab überhaupt keine Sichteinschränkung. Daher kann ich hier nur die volle Punktzahl geben. 10 von 10 Punkten Stadion Es ist nicht eines der hochmodernen Stadien und hat auch nicht einen so großen Komfort. Dennoch hat es alles was man braucht und das reicht auch aus. Aufgefallen und das möchte ich an der Stelle wirklich mal loben ist mir die extreme Sauberkeit. Ich hoffe es war kein Zufall. 8 von 10 Punkten Insgesamt kommt der Ludwigspark damit in meiner Bewertung auf 43 von 50 möglichen Punkten und landet damit auf Platz 3. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber. Das nächste Video wird ein kleines Special sein. Was genau möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, euer StadionTester. Und das nächste Video wird ein kleines Spiel.